Das sind Nala und Baloo, die den Schnee lieben und die auf der Weite des Feldes das echt genießen. Ihr könnt ja nur die Pünktchen da sehen und die dann immer gucken, ob sie irgendwelche Rehe entdecken. Die lieben das, weil dafür sind sie eigentlich auch gemacht, im Schnee zu sein. Jetzt fehlen nur noch die Berge. Die genießen das sehr. In dem Sinne wünsche ich uns diese Freude, die die beiden Hunde ausstrahlen, auch für uns heute. Und Gott sagt, wir sollen uns freuen und abermals sage ich euch, freut euch. Das finden wir im Philippa 4. In dem Sinn, ein gesegneter Tag. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.